wir sehen hier dass im neuen alles tippitoppi einzig das problem mit dem bremslicht haben wir so ich hatte das problem mit dem bremslicht und wenn ich jetzt hier meine bremse drückt seht ihr ich habe bremslicht und wenn ich dann mal hier reingehe seht ihr es ist immer noch der gleiche bremshebel der serienmäßig verbaut ist das auch gut so und das einzige was ich gemacht habe ich habe hier wie ihr seht und sensor hingeklebt hier ein magnet da der sensor mehr ist es nicht und das reicht einfach aus dann das kabel nach hinten zu führen da kommt es wieder raus und da kann man sehen da ist es angeschlossen ganz einfach schnell gemacht und es reicht auf jeden fall ein sensor auf einer seite für bremslicht